Willkommen zum nächsten Let's Play, Let's Play 4, 3. Eigentlich wollte ich mir einen Teil 1 kaufen, aber dann habe ich erst gesehen, oh, dieses E ist also eine 3. Egal, dann machen wir eben jetzt 4, 3. Und das ist ein Horror-Action-Ego-Shooter. Und da war ich mal gespannt. So, wir klicken jetzt auf Kampagne und ich habe vorher noch nie einen Teil von 4 irgendwie angerührt. Angesehen auch noch nicht mal. Deswegen weiß ich gar nicht, was hier thematisiert wird. Schwierigkeit Kommando, Furchtlos oder Rekrut. Rekrut ist wohl das Schwächste, also wir nehmen das, was in der Mitte ist, Kommando. Und Abschnitt 1, Gefängnis und wir starten das Spiel. Neues Spiel, hallo, ah, Start. Und in 3 Sekunden geht's los. Bin mal gespannt, das ist ja ein Horror. Wir waren brothers, Prototype Commanders in the emerging field of Psychic Warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother, when my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Also, der is hier, was die rum. His ệpars Was ist das denn vorhin? Los! Achtung! Wir wissen, du bist der Prototyp! Wir wissen, dass du deinen Bruder getötet hast! Töte sie! Das ist für mich! Ich bin ein Chemist, über mich! Töte sie, Bruder! Ich bin ein Schuss! Ach, das ist zwecklos! Ich hat's ziemlich fett! Bis 1600 Kilometer kommt hierher! Ich bin ein Schuss. Ja ich bin ein Schuss. Ich musste dich nicht mehr machen! Das war's für heute. Oh mein Gott, das Spiel gefällt mir. Halmas Söhne vereinen sich, um am Machraben zu entkommen. Aber es ist nicht gewiss, ob sie sich wie Brüder oder wie Feinde verhalten. Abschnitt 1. Gefängnis. Boah, heftig. Heftig, heftig. Das ist Ihr Operative Jintsugi. Niemand freundlich für den US-Militär, bitte antworten. Der Bord hat sich in die Hölle geflogen. Warma-Cam-Cleanup-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz-Kreuz. Ich bin in der Fairport-Untergrund-Tilie. Ich bin in der Fairport-Untergrund-Kreuz. Ich glaube, wir müssen zu gehen, aber für sie. Oh mein Gott. Geil. Halte E. Ja, okay. Am Anfang haben wir wahrscheinlich noch nicht so viel drauf. Entkommen aus der Einzelhaft. Mal sehen, ob hier noch irgendwo Wächter sind. Ich denke mal schon. Warte mal, kann ich mal vielleicht... eine Option, die Steuerungseinstellung, hier vielleicht die Empfindlichkeit. Zielempfindlichkeit, dann sehe ich die Zielempfindlichkeit beim Umsehen. Ah ja, die will ich mal eindeutig nach unten senken und dann gehe ich nochmal auf zurück. So, wollen wir mal sehen, ob das besser ist. Ja, das ist schon besser. Oh, das sieht hier sehr lecker aus. Ich glaube, die haben es hier gut in der Einzelhaft. Bravo, mit 4, 3 Aktionen in der Salina. Hallo. Oh, Alter. Kann ich meine Freunde refreien? Hä, hier, oder das Laufwort, oder das hier? Drücke für ein... ach, ich soll da draufdrücken. Ach so. Ich dachte, daran soll ich drehen. Töte drei Gegner mit einem spezialen Nahkampfangriff. Kann ich machen. Und mit Steuerung kann ich die Zeit anhalten. Wow. Gefällt mir schon mal. Und ich habe jetzt eine Waffe. Und, ähm, ich weiß nicht, ob die einen Schalldämpfer hat. Ich denke mal nicht. Wow. Da geht's weiter. Muss ich wahrscheinlich aufschießen. Ich war es nicht. So, da geht's also weiter hier. Ah, Mist, das war jetzt nicht schlau. Drücke Q für Deckung. Ach, da muss ich wahrscheinlich hier dran sein. Einfach nur Q drücken. Und wenn... Ach so. Wow, ganz ruhig hier. Wow, und... Wow, Headshot. Sprung aus der Deckung. Okay, das mache ich also so. So, erstmal schön wieder nachladen. Und der hat hier wieder Munition verloren, was ich automatisch aufnehmen kann. Ist schon mal nicht schlecht. Und hier ist ein Hebel. Hebel sind immer gut. Wow. Alter, Scheiße. Ich habe vergessen, dass das ein Horror-Game auch ist. Ich habe mich jetzt gerade hier an das Ego-Sein gewöhnt. Und ich habe ja meistens nur Ego-Shooter gezockt. Ah, ich muss da immer wieder draufbekommen. Das geht automatisch, aber der hat überlebt. Ich glaube es nicht. Hier kommt ein Weißer. Ja, zack. Boah. Das war jetzt nicht so schlau. Regeneriert er sich selbst? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Teil von 4 gespielt. F für Taschen, aber das kenne ich aber. Hallo? Nimmst du das bitte auf? 15 Munitionen. Okay. Anscheinend habe ich schon genug. Ich habe zwei Granaten, aber ich weiß noch nicht, wie man die einsetzt. Wer ist das so? Wer ist das? Nur schau dich auf und Spaß mit der Unternehmung. Wer ist das Thema, das sie aufrufen? Ich weiß nicht. Er hat etwas zu tun, was die Scheiße in den Norden geht. Das ist es? Das ist alles, was du weißt? Ich weiß, er hat einen witzenden Pissat, die zu viele Fragen stellen. Okay. Die da waren, das wollte ich kurz nur, da wollte ich nur kurz mal zuhören. So, zweimal Headshot. Also, das war jetzt wirklich, ah, ich drücke mal die Scheuerung, weil da ja normalerweise immer Ducken ist bei anderen Spielen. Ach, ich kann das dann so lassen. Okay, also so ungefähr wie bei Uncharted. Okay. So, nee, oder? Ist ja geil. Okay, ich muss mich jetzt wirklich daran gewinnen, dass Kuh, ähm, Ducken ist. Muss ich jetzt hier lang, oder wie? Nee, hier geht es nicht rein, aber kann ich vielleicht da mal reinsehen. Achso, das ist einfach so. Die Einzel, ähm, der Einzelhaft ist wirklich hier nicht gut aufgebaut für die, die hier drin sitzen. Warte mal. Achso, da, vorn. Was ist das? Kann ich hier irgendwie töten? Nee, geht nicht. Okay. Schade. So. Achso, aber ich dachte, ich hatte gleich Aktionen setzen, aber nee. Aber hier kann ich, glaube ich, drauf schießen. Zack. Ja. Ich habe hier nur 32 Schuss, deswegen war es vielleicht nicht ganz so schlau, letztes Mal die Waffe umzutauschen. So, C-Ducken. Gut, das kenne ich ja auch. Hat er dann automatisch geduckt? Ich weiß es nicht, aber die Taschen mache ich mal zwischendurch immer wieder aus. Oh, nee, das ist hier nur Graffiti. Hui, springen, springen, springen. Und daraus gehe ich dann, wenn ich springe, gehe ich automatisch dann aus dem Ducken raus. Das ist schon mal, oh mein Gott, die Matratzen hier, die sehen ja wirklich schlecht aus. Ich will hier nicht wohnen. So kann ich das einfach, ja, kann nicht. Das doofe ist nur. Ich muss rechts gedrückt halten, um... Ja, die zwei sind, der Mann. Ich bin deinem dritten. Ich weiß das. Wer der Bunker sagt... Boah, C-D. Yeah. So. Die stehen ja noch auf, ey. Das waren noch Headshots hier. Na, warte. Nein. Drei Schuss habe ich noch. Warte, ich habe die andere noch. Aha. Oh, hier sind relativ viele. Die hier sind aber tot. So, C. Der ist tot. Wow. Nein, 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 nein. Uah. Noch habe ich nicht herausgefunden, wie ich rennen kann. Alter, das gibt es doch nicht. Also, der ist tot. Bei der Tür. Ja, hier in der Nähe. Aber wie werfe ich eine Granate auf? Gehe. Tatsache. Das weiß ich noch aus Crisis. Ohne anzuvisieren. Äh, ohne... Ja, genau, anzuvisieren. So. So, komm mal her. Nein. Ach, verpiss dich, du. Null, du kannst gar nichts her. Kommt nämlich alles auf. Zack, zack. Geppär, geppär, geppär. Munition, Munition. Oh, Alter. Oh. Jetzt haben sie durch das Gas geschossen. Die treffen mich auch noch, obwohl ich hier hinter stehe. Was nicht gerade toll ist. Zack. Der müsste tot sein. Jetzt stirbt er. Endlich. Tot. Headshot. So. Tot. Tot. Ah, das macht schon Fun hier, die auseinanderzunehmen. Ich kann mich zwar kaum umsehen, aber das ist weiter nicht schlimm. Okay. Hier war eine Gesamtübersicht anscheinend. What? I got you there. No!